Seierde, wir kennen uns jetzt ein bisschen und deswegen ist es an der Zeit, mal über ernste Themen zu schwätzen. Und zwar Prostitution. Jede Zubat in Meier überhaupt. Ich kläre euch jetzt mal auf. Film ab. Kann mir einer von euch halten, was da oben am Zubringer in dem Wohnwagen los ist? So, ich meine, das wäre Bummsmobil. Bummsmobil, da fahre ich dort mal hinten. Prostitution in Main, was ist wirklich los oben in den Wohnwagen? Prostitution. Da haben wir die Touristinfo hin, die mache. Ist doch der beste Platz, wo wir am Orts Endang, oder nicht? Da, da war's das doch. Da hast du mir gesagt, ob wir ein Bummsmobil und ich sehne extra da hinten fahre. Ich hab mir vorher die Eier rasiert. Hanni dachte, ich krieg eine von der Palme wedeln und was habe ich gewählt. Ich hab einen Stadtplan. Na, wer da hat auch geklärt, in dem Wohnwagen noch für Maier. Jedet Infos und Karte von der geilste Stadt der Welt. Ja, doch einfach mal da hin. Ja, doch einfach mal da hin.